So, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte vom Sprung her. Alter. So, Toad. Pau-de. Oh Gott. Lieber eine Runde zurückspringen. Besser als zu... Dying. So, und die Dinger sind auch ganz besonderer Spaß. Sondern es, wenn man eben die Diamanten haben will, die hier da oben drauf sind, ähm, ja. Also ich glaube mal so fünf Diamanten könnte man so eingespart haben lassen, tut und tun. Wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ach, ich hab doch keine Ahnung von Warte. Was? Ey, ich war so froh, dass ich die ganzen... Die Diamanten haben natürlich auch keinen Schatten. Sagen wir mal. Wurde, man rührt das TNT gar nicht erst. Das ist auch eine Idee. Ey, Junge. Ach. Geil. Ähm. So. Du kannst mal nach Hause gehen. Alter, ich springe... ...durch die Diamanten durch, Alter. Nein, nein! Heilige. Also, das Spiel ist richtig schlecht programmiert, wenn ich das mal so sagen darf. So. Danke. Aber die schlimmen Welten kommen sowieso erst noch. Hallo! Mann, ey. Da kommen wir gleich das Mittagessen wieder hoch, wenn ich sowas sehe, ey. Könnte ich kotzen. So, jetzt ganz ruhig. Unsere Peitsche ist doch lange genug. Also, ein Trank hilft einem jetzt echt so viel. Vor allem hier, ich springe durch den Diamanten durch, sozusagen. So, wir ducken uns mal. So, auf Wechselung, so ein bisschen. Beim ducken kann man wenigstens nicht verletzt werden. Äh, nicht rutschen. Das erzähle ich nicht. Und wieder zurück! Hooray! Das ist aber krass hier. Ich sehe gar nicht, von wo. Ai, ai, ai. Ich sterbe jetzt von hinten. Ich habe mich im Nächster angeschlichen, natürlich. Vielleicht ist das ja auch Kohle hier vorne in den... Ey, wir haben alle Kä... Ach, du Scheiße. Ich meinte alle Diamanten. Ist das nicht gut? Das rübe, rübe, oder? Der hat nichts mehr für uns bereit. Gut, dann, äh... Ja, extra Leben her. Und dann... Wollte ich schon mal sagen, tschüss! 100% alter. Äh, energy boni. Extra Leben! Höhö, level code, yeah! 3, vor allem so lang. Das bringt es überhaupt nicht bei den paar Leveln, die es hergibt. Ich weiß ja nicht, wie viele es sind. Aber viele sind es nicht, glaube ich. Hoffe ich. Nicht, dass die Scheiße noch länger geht. Ich mache mir mal ein Lichtchen an. Das um die Zeit, ey. Ich dachte, es wird eher heller. Draußen. So, enter. Spiel fortsetzen. Am löwenden Band. Das ist auch ein schöner Level, du. Ich gucke mal ganz kurz was. Hahaha. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Also. So, das ist auch ein Level mit dem Habitier. Hatte ich früher schon viel Spaß. Die Gondeln stürzen nämlich nach einer Zeit ab. Das muss man nämlich so. Nice. So, auf die nächste springen wir mal drauf. So, dann können wir jetzt drücken mal schnell. Und eben die Diamonds holen. Also, es sind Leute keine Minecraft, die wir in den Handen. Ja, das ist ein bisschen traurig. Aber wir können da nichts machen. Wir können da nichts machen. Oh Gott, ist das boring, ey. Naja, gleich schießen sie auf. Oh mein Gott. Alter. So eine Nachlade hat doch kein Gewehr. Und schwarze Diamanten sollten sie bei Minecraft auch mal einfügen. Ne, jetzt ist es mir echt zu scheiße. Ach komm, scheiß auf die Diamanten, ey. Fünf Stück. Ich brauch die schon. Ich. Wobei die Dreie könnten wir uns holen. Aber die beiden nicht. So, egal. Oh Gott, scheißegal. Durch den Typen gehen wir halt aus dem Weg. Das wäre vielleicht ganz gut. Sonst ist es ja sowieso. Simuizid. So, ich hoffe, das war jetzt kein... Es war kein Fehler. Gut. Wir haben Glück gehabt. Glück im Unglück. Ja, hier. Hexana atmet bestimmt auch schön durch den Mund. Nee, klar. Danke. Stirb mal. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Wie bitte? Alter, schau. Nur das. So, ich bin mal gespannt, wie das da eigentlich aufgenommen aussieht. Ich hoffe, nicht allzu scheiße. Okay. Na, traumhaft. Dreamhaft. Genau. Alter Schwier. Ich hab grad gedacht, jetzt gleich ist vorbei. Mit. Hier haben wir wieder unser laufendes Band. Und. Und was kommt jetzt hier? Oh, nein. Kann nicht mal der Basta rein. Steht da vorne gleich wieder in oder irgendwas? Nee, da steht keiner. Ja, deswegen holen wir uns die beiden Diamanten. Ziemlich einfallslos der Level irgendwie. Ich mein, so als eine Passage oder auch als zwei ist das in Ordnung. Aber der Level geht ja irgendwie die ganze Zeit so. Voll senseless, Algo. Algo wie senseless. Hab dich auch gern. So, du kannst mich mal... ...zummel mit deinem Alligatoren-Schwanz. Ha, ha, ha. Der passt gut rein, weißt du. Hm. FSK 18 und so. Peggy 3. Ha, ha, ha. Pfff. Ha, ha, ha. Stopp. So. Peggy 3. Oh jetzt, das ist ja ein Spaß. Wie bitte? Woll, wie soll man denn das machen, bitte? Jetzt muss man jetzt nicht so groß weit latschen, um da hinzukommen. Komm, piss dich! Ja, und von hinten. Ah, von hinten. Du bist so ein süßer Kerl. Ah. Kann ich dazu nur sagen. Ähm, oder einfach... Scheiße! Genau. So, was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem?